Ladies and Gentlemen, es geht weiter. Wohin guckst du denn, hm? Du unanständiger, du. Bist du schon tot? Ja, jetzt. Jetzt bestimmt. Muss ich nach oben? Muss ich da rein? Ich hab keine Ahnung. Ich hab echt keine Ahnung. Ich glaube, also so geht's, ähm... Ah, guck mal. Also ich glaube, so geht's weiter. Das heißt, wir können... Ah, Munition. Gut. Wir können mal gucken. Ah! Oh, Schrottflinte, Munition, super! Nein! Oha! Ja genau, ich hab das ja rausgenommen. Ähm, wo hab ich das? Genau. So. Jetzt fühle ich mich schon viel, viel sicherer. Da unten. Ganz ehrlich? Ganz ehrlich? Ich hab keine Ahnung. Da unten. Okay. Ich glaube, ja. Ja, es ist da lang. Definitiv. Ja, ne, ich hab's schon gewusst. Aber ich hab gedacht, vielleicht hab ich was vergessen. Ich meine, man bekommt so wenig Sachen. Ähm, es ist gut möglich, dass man etwas übersieht. Also man sollte schon schauen, ne? Oh mein Gott. Kontrollpunkt. Das lese ich so gerne. Oh. Oh mein Gott. Nach Hause. Nach Hause. Die Krankenakte des Probanden führt Entwicklungsstörungen, eingeschränkte Kommunikation und soziale Kognition, sowie repetitives Verhalten auf. Synesthesie-Anzeichen berichtet. Die Anlagen weisen auf erhöhte Empfänglichkeit externer Stimuli und hohe strukturelle Anpassungsfähigkeit hin. Könntest du das sein, wonach ich all die Jahre gesucht habe? Zeig mal dein Gesicht. Direkt vor meinen Augen. Unglaublich. Wer bist du? Kein Zweifel mehr. Oha. Dieser ist... ...kompatibel. Oh mein Gott. Wer sieht echt aus wie Frankenstein? Die Small-Version einfach. Was ist das denn? Ja, die Hersteller haben ja krasse Fantasien, ne? Gratuliere. Oh. Oh shit. Nicht getroffen. Oh mein Gott. Ja. Okay. 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 Oh. 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 Geil. Kriegt das Rennen. So! Oh. Oh my God. Oh. Die Large-Rennen. ев. Oh. Zum Glück. Zum Glück. So. Nächstes Kapitel. Jetzt kommt Kapitel 6. Recht? Das Spiel hat übrigens 14 Kapitel. Glaube ich. Aha. Du siehst ja komisch aus. Das ist der Perversling, ne? Oh, scheiße. Werde ich beschneidet, oder was? Ich bin schon dreimal. Hat sie etwas erschreckt? Haben die irgendwas mit meinem Kopf gemacht? Kopf war ganz gut. Sie sehen nicht gut aus. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Sebastian, Kopf ist gut. Glaub mir. Vertraue mir. Es hätte viel schlimmer enden können. Ah, guck mal. Das sieht auch wie ein Kopf aus. Mhm. Kirchenboden bricht ein. Das ist ja gar nichts Neues. Okay. Wieder mal so düster. Habe ich da noch Eier? Genau, guck mal. Noch Munition. Ja, die nehme ich auch noch mit. Ja, genau. Das wollte ich. Wie viel? Wie viel? 5000. Oh. Oh mein Gott. Genau solche brauche ich. Nicht Munition. Bitte. Aber ist auch gut. Ich meine, Munition. So, wir können unseren Charakter bis hierhin aufpushen. Ja, baby. Das ist geil. Und was, 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 was? Okay, nee, das kostet 30.000. Das könnt ihr mal vergessen. Für die nächste Zeit. Vielleicht sowas. Also, Nahkampf ist auch wichtig, ne? Das kostet 60, 60, äh, 6000. Oh mein Gott, ich kann nicht lesen. 6000. Aha. Ja, nehmen wir einmal das. Wow, plus 10. Oha. So viele Munition finde ich doch nicht. Scheiße, 8.000. Nachladegeschwindigkeit. Braucht er so lange? Scheiße. Hm, Magazinkapazität. Nee, ich mach Nahkampf. Genau. Du heißt nicht umsonst Rocky. Rocky. Verstehst du? Lebensanzeige. Ja, wenn man das nicht fühlen kann, das bringt mir das. Spritzenwirkung. Ja. Also, 30.000, 5.000, 6.000, 5.000. Ja, schönes Leben, ne? Alles so teuer. Spanngeschwindigkeit. Aha. Reichweite. Reserven. Genau. Also, das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Was haben wir da? Noch 5. Aha. Hm. Machen wir das. Genau. Okay, 2.300. Feuerrate. Genauigkeit. Aha. Ja, mach mal lieber das. Kritisch. So. Kritisch. Bisschen kritisch kann es schon sein. Oh. Was nun? Hast du was zu sagen, süße? Hm? Okay, speichern wir nochmal. Annehmen. Ähm. Wieso komme ich jetzt nicht weiter? Komme ich da rein? Ja. Endlich. Endlich. Okay. Ja, aber ich weiß nicht, wohin jetzt. Das ist das Problem. Gerade. Fotos. Ah. Wie unheimlich. Eine Kirche. Eine Kirche. Oh mein Gott. Ein Loch. Es liebt. Oh mein Gott. Also, wer sagt, dass das Spiel nicht gruselig ist, der hat keine Ahnung. Definitiv hat er keine Ahnung. Oh mein Gott. Boah. Voll Horror. Wieso ist es dunkel? Jetzt kommt bestimmt etwas. Was ist los? Bin ich tot? Bin ich tot? Bin ich in der Hölle? Nein, Mann, im Paradies. Wo sind die Frauen? Ach, ach, ach. Was habe ich nicht verdient? Bevor ich sterbe, will ich noch was singen. Was soll ich singen? Jetzt ohne Scheiß bin ich tot. Hallo? Hallo? Oh mein Gott. Licht musst du anmachen. Ja. Ja. Oh Mann. Schatz, wieso hast du das Licht ausgemacht? Was war das? Oh. Oh, wo ist die Waffe? Wo ist deine Waffe? Du kannst jetzt auch, ey, du kannst kämpfen. 140 Prozent, hä? Hä? Kampf. Fähigkeit hast du. Scheiße, ich geh lieber raus. Oh. Ich will, ich will nicht. Oh Mann. Es ist so dunkel. Ich will weiter zu den Zombies. Wir haben mich. Scheiße. Ich will. Ich will lesen. Okay, ich lese. Ich werde so lange lesen, bis. Oh mein Gott. Oh Scheiße. Ich habe Gänsehaut, ich schwöre es. Alle, alle Haare, die ich habe. Und ich habe viele. So. So. Nein, Spaß. Zum Glück nicht. Doch, ich bin so beharrt. Oh mein Gott. Wie ein Affe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Mann. Also ich kann euch sagen, ich werde heute nicht schlafen. Das ist mal klar. Wie auch. Ich habe Termin. Aber falls ich schlafen müsste. Okay. Okay. Alles gut. Alles gut. Es wird alles gut. Wir brauchen Zombies. Wir brauchen Dämonen. Schatz, wohin gehst du? Oh Scheiße. Oh. Muss ich da runter gehen? Oh nein, ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Aha. Licht. Nein. Puh. Was war das? Mach auf. Mach auf. Mach kaputt. Du hast keine Ahnung. Oh Scheiße. Oha. 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 Das ist der wahre Butcher, glaube ich. Ohohohoho. Das ist der Beschneider. Oh mein Gott. Jetzt bin ich wieder irgendwo anders. Mann, Mann, Mann. Oh. Oh. Ist offen, Mann. Ist es nicht. Hey, wo ist meine Waffe? Da. Gott. Ohohoho. Meine Waffe. Du bist mein treuester Freund. In guten Zeiten, in schlechten Zeiten. Bis der Tod uns scheidet. Lass mich niemals alleine. Oha. Oha. Ein Mensch. Ein Mensch. Ein Mensch am stillen. Perverses Kind. Ah, du bist es. Leslie. Du bist auch immer da, wo es Ärger gibt. Leslie? Er scheißt jetzt bestimmt. Er ist am scheißen. Guck mal. Er ist am scheißen. Oha. Er ist am scheißen. Er ist am scheißen. so voll geschmack ne super ich liebe dieses spiel wirklich hammer hammer mit 2m nein mit drei ich nehme drei kilo so und ein ich bin draußen doch doch was oh nein oh ja oh ja oh nein mag nun ich guck das mal zuerst bisschen zeigen so glücklich machen und dann ist nicht mal was richtiges drin was anständiges ich dachte neue waffe so machen oder so oder ein messer wäre nicht schlecht so ein rambo messer ja ich mag sowas ja wenn sie groß ist vor allem big mama so wird er heißen haben sie sich gemerkt habe die statuen schon lange nicht mehr gesehen leute sammeln davon welche was machst du guck mal sonne endlich guck mal da spielt dark souls 3 oder 4 keine ahnung hier kann auch sein alles ist wirklich wir verlieren uns wird hier was trinken kaffee oder sehr oder sieht krass aus ich muss ja mal fahren von noch einmal wie langsam er läuft gewießt es, richtig er ist ein Genießer ein Gourmet er weiß wie man stirbt definitiv bist du tot? ich habe auch keine Ahnung ja, am besten brenne ah, Granaten kein gutes Zeichen oh scheiße guck das mal an ich hätte es fast nicht gesehen oh mein Gott, es ist vor meinem Auge ich habe es fast nicht gesehen Alter, also jetzt, ich mache mir langsam Sorgen kann ich da rein? nein besser so Leute, ich hoffe es hat euch gefallen mir gefällt das Spiel wirklich sehr gut ich hoffe es gefällt euch auch und ich denke wir machen hier Schluss und wir sehen uns im nächsten Part bis dann und wir sehen uns im nächsten Mal bis dann 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 Vielen Dank.